Oh, was ist denn mit dem Baum? Was ist denn mit dem Baum los? So, Scherzen aus, wächst, wächst, wächst. Ich habe heute vor, hier hinten und zwar diesen Baum was zu fällen. Da ist mir voll im Wege hier. Machen wir mal das Baumblatt. Gut, also ich habe heute vor, das Oxidandor zu basteln und dann mal gucken, was da drinne so ist, in dem Neder. Ich glaube, das wird nicht sein, ich weiß es nicht. So, ist ja gar nichts hier. Oh, ist ja gar nichts. Oh, ein Bäumchen. Ein Bäumchen, ist ja gar nichts. Was will ich denn sagen? Ist ja gar nichts runtergefallen, will ich nicht sagen. Oh, das kann sein. So, ein Bäumchen her, gesetzt, jawohl, okay. So, dann will ich hier mal. Und zwar, zack, zack. Ähm, ich nehme hier viermal Holz mit, in Eimerschen, die Blöcke hier, in ein paar Dinger hier, das hier wahre ich noch. Ähm, was ist denn das? Was? Meine Güte. So, und dann wollte ich, ähm, ja, die Lava noch mitnehmen. Oh, die Sonne geht auf. Ne, ich habe das Too Many Ideas noch drauf und da geht der Mond unter. Äh, ich habe die ganzen Dinger hier, ähm, sag schon, ganzen Mods drauf, habe hier mit dem Dexterback und sowas. Da war das dabei. Oh, das macht ja nichts, ne? Ich nehme es eigentlich sehr, sehr selten. So, jetzt nicht verlieren hier und nicht verbauen, weil dann haben wir nämlich das Problem. Und nicht runterfallen womöglich. Ah, du, mir fällt gerade ein. Ich will erstmal eine Mauer hinten noch mit hinbauen. Also ein bisschen mehr Steine mitnehmen. Ich habe hier ja ein bisschen abgeklopft da in der Zwischenzeit. Huuu, jetzt haben wir einen schnellen Schritt drauf. Juuu. So. Und, stopp, stehen geblieben. So, ich will erstmal hier so eine Mauer hinbauen. Nicht, dass denn ich womöglich noch abstürze oder so. Also, das muss nicht sein. Da werden wir vielleicht, ähm, gleich höher machen. Also, so wie das Dur halt ist, ne? So hoch, dachte ich mir. So, jetzt, ähm, ja, jetzt ja nicht runterfallen. Wow. Ach gut, dass kein Eis hier oben ist, ne? Puh, ist schon ganz schön. Querlisch. Oh, was soll's. Das Risiko müssen wir eingehen. So, und dann noch heben noch. Müssen wir rüber. So, ums Eck gelaufen. Oh, 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 alles klar. So. Hm, na. Okay. Machen wir mal eine Mauer einfach hier drumherum. Ups. Ich glaub, da muss ich aber dann nochmal eins höher, wa? Eins, zwei. Warte mal eins, zwei. Ich glaub, noch zwei müssen wir höher. Ja, das gleiche machen, wa? Hopp. Am besten noch zwei. Ich glaub, dann passt es auch mit der Höhe von dem Dur, glaub ich. Ja, jetzt war ja wieder ein Update gewesen, also das ist schon echt ganz schön zum Verzweifeln, immer zu den Updates. Jetzt vor allem muss ich immer zu den Mods draufladen, ey, es ist echt zum, na, wisst schon wie, ist jetzt nicht schlimm, ne, Minecraft-Fan, da mach ich das schon mit, und so, aber es ist halt nervig, jedes Mal muss man das neu laden, und wieder drauf und klotzen, gibst den Mod wieder, und, ach, das sollen sie doch mal irgendwann eine endgültige Version bringen, und fertig aus, ey, aber ich glaub, die tun immer wieder neu düfteln, und, und, was neu ist, und, denk ich mal, eher Hammersätze, ich glaube, so, da geh ich mal, au, nach unten, oh, ich fühl mich voll eingemauert, ey. So, jetzt soll ich ja keinen Fehler machen hier, ich hab ja extra nochmal vor dem Video geschaut, wie ich dieses do bauen muss, also ich mach jetzt von der Breite her, ne, so, dann wollen wir mal gucken hier. Also, also, 1, 2, 3, da sind wir dabei, und 1 muss noch her, jetzt ist halt erüben, das so, okay, und dann müssen wir noch 1, 2, 3, oder mal 1, 2, oder mal 1, 2, äh, also 2 als 1, und 2, 3, so, genau, weil so kann man das nicht schön an der Mauer ranbappen hier, ich glaube, jetzt müssen wir schon den Schluss finden hier, genau, so, so, jawohl, So, jetzt wird's kritisch hier, jetzt muss ich hier diesen, ähm, Holzblock hier reinsetzen, ich hoffe, das wird entfacht, meine ganze Geschichte hier, und ich werde am besten gleich mal hier mir so einen Schutz bauen, weil, nämlich, das Feuer fließt ja überall hin, wo es will, natürlich, ne, ist klar, ist ja nur, ähm, logisch, ne, So, 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 jetzt, okay, schön, das jetzt mal ja rein, über das Holz, So, so, schauen wir mal, was passiert, wa, so, es fließt, es fließt, es fließt, Jo, es blubbert, ich hoffe, das wird entzündet hier, na, wir hoffen es mal, warten wir mal ein Stückchen, Ach, es ist schön hier, zu stehen, zu gucken, ach, der Baum ist ja da reif, sehe ich gerade, Alter, das geht so schnell, Hm, das ist jetzt nicht wirklich was hier, wa? Schade, und wenn ich jetzt zwei Blöcke aufeinander haue, oder nebeneinander, Moment, das probieren wir einfach aus, warum verschwindet die Lava hier nicht, Hm, wie ist keine Sau, wa? So, dann hauen wir jetzt mal die Lava hier drauf, Ja, fließt da rein, da rede ich auch da drüben hin, Vielleicht klappt es ja jetzt, ja? Na, was ist jetzt, fließt nicht mehr da drüben hin, oder was? Ah, was ist denn jetzt hier? Na, ich gehe mal runter hier eben, Tut sich nix wirklich, ne, hier? Tut sich nix, ne, okay, wir lassen das mal fließen, Ist was angegangen? Ne, ich glaube, da tut sich nix, wa? Ich wollte sagen, ich spare da, du den Baum fix abfällen, aber okay, Hm, blöd jetzt hier mit dieser Lava Ist immer so ne Sache hier, ne? Vielleicht ist ja auch hier dieser Oh, oh Oh Ja, warum geht die Scheiße hier nicht an? Wenn ich noch nen Block drauf setze vielleicht? Zack Also eigentlich sollte es funktionieren Na? Eigentlich sollte es funktionieren Ich mach mal noch nen Schutz hierher So, weil das jetzt eigentlich auch egal ist hier Warte mal Zack 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 So, eigentlich muss die Lava abfließen hier, aber okay Sie will halt nicht so recht Ach, komm Ach, eins zu hoch Moment, ich hau das mal weg hier So, jetzt hab ich feier Haufen Holz hierher Oh, ey, jetzt brennt feier, du Teil Naja, wir warten mal ein paar Sekunden vielleicht Bringt's ja was Ey, es ist jetzt drei Glöcke Holz drin Ich tue mal diesen Baum der Weile auf jeden Fall Und da müssen wir halt immer schauen Vielleicht tut sich ja der Weile was Ich baue mich doch nicht immer so kacke hier rum, ey Ist das blöd, ey Mit den Baum Ach, hier hab ich auch noch Holz Ist das anders Holz oder was? Fichte, 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 Fichte Nimm ich ja mal Fichte mit oder was? Vielleicht glaubt's mit der Fichte oder was? Das ist eigentlich ein Schnubber, oder? Wie komm ich denn auf Fichtenholz? Hier, frag mich mal bitteschön So, wir wollen Du mal den Baum noch fällen Tut sich da hinten was? Ne Sieht nicht so aus Ja, da muss ich halt immer Irgendwie Ich weiß nicht Gucken, mal gucken So Wächst hier irgendwas vielleicht? Nein, auch nicht Okay, dann tue ich hier wieder das Samen her Zimmern Dies lassen wir jetzt da Das auch Den Eimer muss ich ja leider mitnehmen Wieder Okay, dann Wir geben uns wieder nach hinten Und hoffen, dass das jetzt mal was wird Hier Dieses Olle Holz mal zum Brennen kriegen Sieht aber nicht so aus Ja, hab ich jetzt nicht das passende Werkzeug dazu Aber okay So, also jetzt hier so drauf Und Und Ne, da geht nicht noch mal Müsste doch mal Ey, ich müsste doch mal Sich ein bisschen entfangen Oder ist es vielleicht Oder muss ich vielleicht doch Eine Wand wegzimmern hier Dass es ein bisschen Eng ist Vielleicht Aber jetzt muss ich mich auch mal ein bisschen beeilen hier Jetzt fliegt diese Scheiße hier rum Vielleicht brauchst es Lauf Freien Lauf Zum Fliesen Wisst ihr wie es denn? Ups Das ist so Jetzt da hier Ich mach das so mal Dann klopfe ich das hier weg hier Irgendwie Hat es aber jetzt gut Freien Lauf hier So halt Hab ich mir gedacht Jetzt hat es ja wirklich Hübschen freien Lauf Zum Fliesen hier Hm Und nichts tut sich Warten Ey, das ist ja zum Mäusemelken hier Hm Sammeln das mal wieder ein So, was hab ich gesagt? Ich hab hier Fichte Oder wie? Hm Ich mein, das liegt jetzt an dem Holz Oder was? Wie komm ich denn eigentlich auf die Fichte? So, okay, aber Ich tue jetzt mal hier so ein Fichtenholz rein Egal, ob das jetzt hier Passt oder nicht Ist ja egal So, dann mach ich das jetzt mal hier drüben Einfach Zack Gucken wir mal jetzt, was passiert Auch Ah, es brennt, es brennt So, jetzt müssen wir noch hoffen Dass sich das jetzt hier entzündet Also Warte mal Ich sammle euch das jetzt wieder ein Oder Es brennt jedenfalls Jetzt lassen wir es brennen Okay Okay, warum geht denn die Lava hier unten nicht weg, Mensch Komm Renn schön Geh an Du Du musst nur noch angehen jetzt hier, ne Ich werde mal das hier ein bisschen, ha Ein bisschen wegmachen hier, ey Warum geht denn das nicht an? Was jetzt, ha Darum brennen die Steine jetzt, ha Hier Ist jetzt voll im Back, oder? Bist du ein bisschen verpackt, oder was? So, jetzt hätte mal dieses alte Do angehen können Ach, wäre das schön Wäre das schön Ich glaube, das wird ja mal weg hier Wenn es halt nicht funktioniert, müssen wir es halt wieder Hinzimmern, wa Also ich halte mal die rechte Wand hier, oder so, ne Ah, da hinten ist der Körbis gewachsen, glaub ich Ja, irgendwie geht's ja nicht an, ne Hahaha Ist ja witzig Ich noch ein Stück Holz reinhaue hier Recht hilft's ja Komm, brennen Hm Jetzt wird aber dieses scheiß Ding hier angehen wollen, ey Oder muss ich vielleicht das Stück Holz Ne, das ist eigentlich Quatsch Hier drunter liegen Ne, das war schon hier drinnen, dächtig Was ist denn jetzt? Ey, mehr wie Feuer angehen, ist ja nicht, ne, oder? Das geht nicht an Das geht nicht an Das geht nicht an Ich krieg einen Knall Das ist ein bisschen bescheuert Oh, Achtung, Feuer Ja, ganz Toll, toll Das habe ich jetzt Ganz toll Gemacht So, ne, passt auf Dann machen wir das jetzt anders hier Noch ein Stückchen drauf Wenn ich diese Scheiße hier vollladen muss, ey Was gibt's ja wohl nicht, ey So, hätte ich ja die Mauer auch lassen können hier Und ich das gewusst hätte, ey Dass es nicht funktioniert Ah, das ist aber auch ärgerlich Oh, ne, jetzt toll Jetzt schneid's auch noch dazu Ganz toll Mein Trieb muss ich ein bisschen mehr drauf tun So Okay Dann zünden wir jetzt mal das zweite Versuch an No, Fliese, Fliese Oh, oh, oh Ich geh lieber mal Oh, ich weiß nicht Geh ich oder bleib ich? Oh, nein Jetzt fließt es Okay, es fließt gut Uh, und es brennt wieder nicht an Ah, ich krieg einen Knall Okay, jetzt habe ich schon drei Hölzerchen, ne Gibt's ja wohl nicht Ah Nein, das ist so schön Au Oh Oh, Gott So, sammeln wir das mal wieder ein Hm Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich hier, ne Komm, geht denn hier die olle Lava nicht weg Ich versteh's nicht Bin wieder drauf Was am Holz scheint es nicht zu liegen Hm Ist aber ärgerlich, ja Na Ich hätte gern diese Lava wieder gehabt Na also, das ist aber komisch hier, ne Muss ich das beim nächsten Mal nochmal versuchen, oder was Meine Kühe Ich bring erst mal diese Lava wieder Weg hier, oder Was mach ich denn Ach, das ist ärgerlich Und eigentlich müsste die Lava hier auch weggehen jetzt, ne Normalerweise Sollte sie weggehen Okay Naja, schade Ich muss leider aber trotzdem wieder Lass es jetzt halt mal so stehen, wie es ist Ich möchte gern noch diesen Kürbis da hinten schnell abmachen Oh, ist das eigentlich Schnee, ey Ist ja Wahnsinn Mit diesem Schnee Das ist ja Wahnsinn So, naja, ist halt ärgerlich, ne Ein bisschen Krümig Dass das nicht funktioniert Weiß ich auch nicht, wieso Was machen wir denn da Oder wenn wir mal so was nehmen hier vielleicht Statt das andere Holz Wäre auch mal eine Idee, ne Ich nehm das jetzt mal mit hier Probier das jetzt mal aus noch schnell Komm, einfach so Stopp mal jetzt noch Und dann muss ich es halt doch aufgeben Muss ich mal was einfallen lassen Dann muss ich nochmal abchecken, ey Was da los ist Okay Ja, wieso sind doch hier die Scheiß Schnee? Im Auge Im Auge Ist es Schnee Was habe ich denn jetzt von Holz genommen? Äh, von Steinhagern, ey, was doch So, okay Jetzt nehmen wir halt das da hier Gucken wir mal, was da passiert Und drauf damit Oh, jetzt habe ich natürlich Oh, jetzt habe ich natürlich, ähm Was da drüben nicht bedacht, ne Ein bisschen Fließ es denn raus, oder geht's? Es geht, ne Schön zu gehen Mich, warum geht denn das nicht? Ich verstehe das nicht Das ist echt eine blöde Sache hier Und Treff Und Action Mensch, jetzt geht doch mal an Oh, alles Feuer, ey Oh, Mann Wird's wieder hell, ey Hm, naja, gut Dann darf ich das jetzt hier beenden Und ich muss das nächste mal schauen Wie wir das machen, wa? Tschöööö